Die Suche ist auch ein relativ kurzes Gedicht. Es folgt dem Aufbau einer ganz normalen Nachrichtensendung. Es sucht die Frau im Schurkenstaat ihr Kind, das auf die Miene trankt. Der Junge sucht im Müll der Stadt das Brot, das er so nötig hat. Es sucht das Mädchen zitternd schon die Vene für die Indektion. Der Vater sucht wie jeden Tag die Tochter heim, die er so mag. Der Opa sucht sich einen Strick und blickt voll Bitterkeit zurück. So sucht ein jeder, wie er kann, nach was ihm lieb und teuer war. Ich schalte meinen Fernseher an und Deutschland sucht den Superstar. Ja, das war's.